Doch wenden wir uns wieder dem Grundgesetz zu. Im Artikel 1 Grundgesetz Absatz 3 lesen wir Prof. Konrad Hesse beschreibt in seinem Werk über das Verfassungsrecht, dass die Bürger keinen anderen, genau zu hören, als den verfassungs- und gesetzmäßigen Gehorsam schulden. Es geht also tatsächlich um die Unabhängigkeit von Gott mittels der Menschenrechte und deren proklamierten Gerechtigkeit in der Welt. Das Bekenntnis zur Gottlosigkeit ist somit Bestandteil des vom Grundgesetz geforderten Bekenntnisses zu den Menschenrechten. Schon 1948 finden wir in der Präambel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Formulierung, dass die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte bekräftigt und beschlossen haben. Und in der UN-Charta von 1945 spricht man über von UN-Staaten besetzten Gebieten folgendermaßen. Sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung im Rahmen des durch diese Karte errichteten Systems aufs Äußerste zu fördern. Wir haben es hier also mit einer fundamentalistischen Weltreligion zu tun, die sich aus dem formulierten Glaubensbekenntnis ergibt. Beim Realisieren all dieser Zusammenhänge werden auf einmal natürlich auch die aktuellen vermeintlich juristischen Fehlentscheidungen und Parlamentsabstimmungen erklärbar, die man im Rahmen der zentralistischen Ermächtigungsbestrebungen der sogenannten Bundesregierungen erleben muss. Impfpflicht mit umstrittenen Stoffen, private Inhaftierung, Maskenzwang und so weiter unterliegen gar keiner wahrhaften Rechtsstaatlichkeit, sondern gewissermaßen einer Weltreligion, deren Parameter wie Menschenwürde oder Menschenrecht man beliebig anpassen kann. Auch die weltweit inszenierten Kriege durch NATO-Staaten in vielen Ländern werden nun erklärbar. Begriffe wie Volk oder Nation kommen in deren religiösen Ideologie-Schablonen einer menschlichen Hybris nicht vor und sind somit nicht schützenswert. Damit steht einer gewaltsamen Zerstörung, Demütigung oder Auflösung ganzer menschlicher Völker nichts im Wege. Christliche Gemeinschaften, die ihr Leben auf die Gottesgesetze der Bibel stellen oder auch Moslems, deren Weltgemeinschaft auf dem Koran basiert, also dem dogmatischen individuellen Menschenrechtsbild oberhalb von Gott nicht zustimmen, sind laut der UN-Ausrichtung nicht schützenswert. Nun finden wir im Grundgesetz aber auch die Religionsfreiheit. Wie verträgt sich dieses Recht denn mit den Aussagen, dass das Grundgesetz selbst eine Religion begründet? Antwort, es gibt keine uneingeschränkte Religionsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland, sondern lediglich die Freiheit der Ausübung seiner Religion im Rahmen des Grundgesetzes, also eine klare Einschränkung. Die Atomisierung der Menschen im Rahmen einer Bestrebung zur Einweltregierung wird sichtbar. Die globale Religion der Menschenrechte macht es möglich. Sogar Kinder werden in staatlichen Indoktrinierungsanstalten wie Kitas oder Schulen auf die Menschenrechte eingenordet. Die dort vermittelte Ideologie ist der Individualismus ohne Anbindung an Gott, die Familie und das Volk, geschweige denn Tradition. Somit wird ein Fundament der geplanten Einweltregierung gezimmert. An dieser Stelle soll aber die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes vom Dezember 1948 genannt sein. Dort lesen wir, dass Völkermord eine Handlung darstellt, begannen in der Absicht eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Bei diesen Handlungen finden wir auch die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Wow, eine kurze Wiederholung sei gestattet. In Artikel 1 Grundgesetz Absatz 2 werden also die Menschenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt fixiert. Daraus folgt logischerweise, dass eine Gemeinschaft, die ihr Grundlagenbekenntnis zu den Menschenrechten nicht abgibt, ihre Existenzberechtigung verloren hat. Ergo gestattet diese Fundamentalreligion Angriffe gegen Staaten, die sich zum Beispiel nicht den Menschenrechten unterwerfen, sondern den nach ihrem Glauben ausgerichteten Gottgesetzen. Im Jahr 2001 sprach US-Präsident Bush von einem Kreuzzug gegen Afghanistan, womit er den Krieg gegen dieses Land als religiös einstufte. Dieser Missionierungseifer sorgte bei den Türken und anderen muslimischen Ländern logischerweise für eine massive Missstimmung. Die wenig intelligente Äußerung des US-Präsidenten legte damit ein weiteres Indiz zur missionarischen Durchdringung der angestrebten Weltregierung mit allen Mitteln offen. Kreuzzüge gegen die Gottesgesetze, was für ein Bild. Die Menschenrechte werden dabei gebetsmühlenartig als Grundlage des Friedens in der Welt heruntergebetet. Die leitenden Funktionäre der verschiedenen NGOs wie UN, IWF, WHO, Weltbank, die EU und so weiter, die in einer Verschränkung mit einigen Stiftungen längst ihren Einfluss auf die Staatsregierungen ganz ungeniert ausüben, sehen sich offenbar in einer entscheidenden Phase der Machtübernahme durch ihre Ideologie des Menschenrechtskampf, ihres Menschenrechtes im Konkurrenzkampf gegen das Gottesrecht. Viele Jahrzehnte Vorbereitungen zeigen nun ihr wahres Gesicht, der in dem Begriff Great Reset mündet. Die Verstöße gegen die Naturgesetze haben in unserer westlichen Zivilgemeinschaft Methode. Erstens, der Mensch darf sündigen, ohne selbst zu sühnen. Die Kirche gab ihren Segen, schon vor hunderten Jahren. Was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn sie ihrer Verantwortung durch die offizielle amtliche Glaubenslehre enthoben werden? Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert. Zweitens, das Grundgesetz spricht ebenfalls nur von Menschenrechten, ohne Pflichten. Doch ein Gesetz, das Nehmen ohne zu geben heißt, gibt es in der Natur nicht. Nichts anderes jedoch bedeutet dies. Und was sind diese Rechte wirklich wert? Wie wir es gerade untersucht haben, kaum einen Pfifferling. Die Menschheit befindet sich in der wohl kritischsten Phase ihrer gesamten Existenz. Eine völlig überzogene Einschätzung? Wohl kaum. Wir stehen, sagen wir es ehrlich, vor einem Trümmerhaufen der Verwirrung. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es in der Verfassung, die sich von Gott losgesagt hat. Die wahren Gesetze von der Saat und Ernte gelten in den offiziellen Paragrafenbüchern nicht mehr. Das Verfassungsrecht sagt, dass die Bürger keinen anderen als den verfassungs- und gesetzmäßigen Gehorsam schulden. Vom Höchsten, von Gott, ist an keiner Stelle die Rede. Wir frönen dem Bekenntnis zur Gottlosigkeit. Das sind die Strukturen unserer Gesellschaft, die man für uns schuf. Und die wir widerspruchlos hinnahmen. Vom Schöpfer wissen die wenigsten. Die allermeisten haben sich abgewandt. Im Kollektiv werden wir nichts mehr reißen. Das Schiff ist schon auf Sand gelaufen. Jetzt kommt es auf jeden Einzelnen an. Jeder trägt Verantwortung für sich ganz allein. Und jeder hat sich eines Tages vor dem Höchsten zu rechtfertigen. Nicht nur durch den Glauben, sondern an ihren Taten sollt er sie erkennen. Da hilft dann weder die Kirche noch ein irdisches Gericht. Wohl dem, der rechtzeitig erkennt und sich vorbereitet.